Norddeutscher Rundfunk 2021 Alexandra Popp! Starke Parade! Und damit ist der Ball weg! Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an! Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen! Klasse Pass! Geht da rein! Fällt das Tor doch noch! Sie machen das Tor! Da schenken Sie die Führung gleich wieder her! Das ist bitter! Jetzt ist es gefährlich! Sarah Debritz! Tolle Parade! Ecke kommt! Das ist knapp! Bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben! Hat leider gefehlt! Ja, könnte was werden! Jetzt hatten sie die Chance! Das wäre die Führung gewesen! Gefährlich! Stina Blackstenius! Klasse Parade! Richtig stark gemacht! Na, jetzt müssen Sie aufpassen! Chance zur Führung! Was für eine Rettungstat gehalten! Da haben Sie nochmal die Chance durch diese Ecke! Sieht gefährlich aus! Ball kommt rein! Köpf den Ball wieder zurück! Aus meiner Sicht die verdiente Führung! Sie waren die bessere Mannschaft! Ich glaube auch, dass sie das nicht mehr aus der Hand geben! Ich glaube auch, dass sie das nicht mehr aus der Hand geben!